In diesem Video soll es nun um die Reformen der musikpädagogischen Ausbildung vom Kindergarten bis zur Hochschule gehen, die wesentlich durch Leo Kästenberg mitgestaltet wurden. Schauen wir uns zunächst einmal an, wer Leo Kästenberg überhaupt war. Kästenberg wurde 1882 in eine deutschsprachig-jüdische Familie geboren und zeigte großes pianistisches Talent. Gleichzeitig engagierte er sich schon früh in der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands, vor allem, weil er ganz idealistisch an so etwas wie humanistische Gerechtigkeit glaubte, so nennt es Ehrenfort. Seit 1918 war Kästenberg zunächst als Musikreferent im preußischen Ministerium für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung tätig. 1921 erhielt er die Leitung der neuen Abteilung für Musik des Zentralinstituts für Erziehung und Unterricht. Obwohl oder vielleicht auch gerade weil er weder eine akademische noch eine pädagogische Ausbildung hatte, war er ein undogmatischer, politisch flexibler Erneuerer. Er schaffte, die sich schnell ändernden politischen Kräfte immer wieder hinter der eigentlichen Aufgabe des Aufbaus musikalischer Bildungsstrukturen zu vereinen. Er prägte das preußische Bildungsgeschehen nicht nur durch seine Reformen maßgeblich, sondern auch durch die Berufungen, die er vornahm. Zum Beispiel die von Fritz Jöde, den er einwand, da er sich von der musischen Erziehung und Jugendmusikbewegung neue Einflüsse erhoffte. Nach der Machtergreifung 1933 wurde Kästenberg als Jude seines Amtes enthoben. Er floh zunächst nach Prag und wanderte 1939 endgültig nach Palästina aus, wo er 1962 starb. 1921 verfasste Kästenberg die programmatische Schrift Musikerziehung und Musikpflege, in der er einen umfassenden Plan der Musikerziehung vom Kindergarten bis zur Hochschule, vom Laienmusizieren bis zum professionellen Institutionen entwarf. In dem Werk wird auch deutlich, dass er durchaus beeinflusst wurde von den Gedanken der musischen Erziehung. Schauen wir jetzt genauer auf die Bildungsreform, die Kästenberg ermöglichte. Die demokratische Staatsform der Weimarer Republik machte die Neuorganisation des gesamten Bildungssystems möglich und nötig. Dafür trafen im Jahr 1920 Politiker und Pädagogen auf der Reichsschulkonferenz in Berlin zusammen, um das gesamte Schulsystem neu zu denken. Dort gab es auch einen Ausschuss für die Kunsterziehung, welcher Forderungen vor der Vollversammlung vortrug. Diese umfassten die Verbesserung der künstlerischen Lehrerausbildung, die Gleichstellung der Kunstfächer mit den wissenschaftlichen Fächern, die Einführung eines lehrplanmäßigen Unterrichts in den Kunstfächern ab dem dritten Schuljahr, die Begegnung mit Werken der Kunst auf allen Stufen. Dazu die Empfehlung von staatlich geförderten Wandervorführungen von Kunstwerken. Die Einführung eines Oberstufenunterrichts für besondere künstlerische Begabungen, zum Beispiel als Vorbereitung für künftige Lehrerstudenten, durch Verstärkung naheliegender und Verminderung fernliegender Fächer. Insgesamt kann man sagen, dass die hier gestellten Forderungen die Reformideen von Kästenberg im Wesentlichen widerspiegeln. Dass in den eher musisch geprägten Vorstellungen von glühender Teilnahme und aktiver Wahrnehmung von Musik und den Forderungen nach einer eher kognitiv geprägten Begegnung mit Kunstwerken durchaus ein Spannungsfeld entsteht, dies gehört insgesamt zu dem Spagat, in welchem sich die Bildungspolitik dieser Jahrzehnte wiederfand. Nach diesen Forderungen der Reichsschulkonferenz sowie durch Kästenbergs andauernde Bemühungen traten zwischen 1922 und 1933 zahlreiche politische Richtlinien und Ordnungen in Kraft. So wurden Musiklehrerinnen 1924 zu Studienräten und damit mit Lehrkräften anderer Fächer gleichgestellt. In der gleichen Bestimmung wurde festgelegt, dass das Fach in der Schule nicht mehr nur Gesang- und Singeunterricht sein sollte und daher auch in Musik umbenannt wurde. Außerdem erhielt es jetzt den gleichen Stellenwert wie andere Nebenfächer und eine Dispensation, also Befreiung vom Musikunterricht, wie sie vorher üblich war, wurde verboten. Neue Richtlinien für das Fach Musik im Jahr 1925 verdeutlichten diesen erweiterten Blick auf den Musikunterricht, in dem das Singen zwar eine zentrale Rolle spielte, aber eben nicht mehr der einzige Inhalt sein sollte. Der Musikunterricht soll die im Kinde sich regenden musischen Kräfte, soll Gefühl, Fantasie, Gestaltungswillen und Gestaltungsvermögen von der musikalischen Seite her entwickeln und dadurch der gesamten Persönlichkeitsbildung, auch der ethischen Erziehung dienen. Ausgangspunkt des Musikunterrichts bildet die Erziehung zum nicht begleiteten Gesange. Neben ihm ist auf allen Stufen die Instrumentalmusik und der begleitete Gesang zu pflegen. Hierbei muss der Musikunterricht als ein wesentliches Ziel im Auge behalten, auch von der Schule her am Aufbau einer neuen Haus- und Gesellschaftsmusik mitzuarbeiten und den Chorvereinen einen gründlich vorbereiteten Nachwuchs zu sichern. Im Zusammenhang mit der Durcharbeitung vokaler und instrumentaler Werke ist die musikalische Anlage der Schüler allseitig und planmäßig zu entwickeln. Aktivität des Gehörs, Vermögen unmittelbarer Erfassung und Darstellung des Rhythmus, Beherrschung des Kräftespiels von Spannung und Lösung in Tonfolge und Zusammenklang, Sinn für organisches Werden der Form. Auf dieser Grundlage ist die Fähigkeit, zum bewussten und vertieften Erleben einer Melodie an ein- und mehrstimmigen Beispielen und Versuchen eigener Motiv- und Melodieerfindung zu wecken und zu pflegen und dadurch ein aktives Erleben auch größerer musikalischer Werke anzubahnen. Schließlich soll der Musikunterricht die Jugend auch befähigen, die Bedeutung der Musik im Leben des Einzelnen und der Gesamtheit, namentlich in unserer deutschen Kultur, zu würdigen und zu begreifen, dass die Musik nicht Sache einer einzelnen Berufsschicht, sondern ein Quell der Erhebung und Freude für alle Volkskreise ist. Bereits 1922 änderte Kästenberg die Prüfungsordnung an den Lehrerbildungsstätten, sodass nun Abitur und Studium vorausgesetzt wurden. 1928 folgten Bestimmungen, nach denen die dreidimensionale Gliederung des Studiums mit künstlerischen, wissenschaftlichen und pädagogischen Anteilen in ihren Grundzügen angelegt war, wie es Krohn beschreibt. Außerdem wurden unter seiner Leitung in den 20er Jahren jährliche Reichsschulmusikwochen durchgeführt, in denen die preußischen Reformen mit Fachleuten des ganzen Landes diskutiert werden konnten und die auch als Fortbildungsmaßnahmen angesehen wurden. Übrigens wurden diese Angebote nach dem Krieg von 1955 bis 2010 unter dem Titel Bundesschulmusikwochen vom Verband Deutscher Schulmusiker weitergeführt. Seitdem werden sie alle zwei Jahre vom Bundesverband Musikunterricht unter dem Titel Bundeskongress Musikunterricht in unterschiedlichen Städten veranstaltet. Kästenberg hatte also seine Ideen einer umfassenden musikalischen Bildung in allen Bevölkerungsschichten fest im Blick, was er vor allem durch entsprechende Prüfungs- und Studienordnungen für die nächsten Generationen sicherstellen wollte. Wenn es darum geht, den Erfolg der preußischen Bildungsreform einzuschätzen, dann kommen verschiedene Autoren zu unterschiedlichen Antworten. Klar ist, dass bis zur Machtübernahme 1933 noch lange nicht genügend Lehrkräfte überhaupt nach der neuen Ausbildungsordnung fertig geworden waren. Und natürlich waren diejenigen Lehrer und Lehrerinnen, die bisher bereits im Schuldienst gewesen waren, nicht alle entsprechend fachlich ausgerüstet, um den Forderungen nach einem umfassenden Musikunterricht überhaupt nachkommen zu können. Zum Teil gab es auch Widerstände aus den Lehrerkollegien selbst, die mit den weitgreifenden Veränderungen der Unterrichtsansprüche teils überfordert waren. Auch erforderte die immer schwieriger werdende wirtschaftliche Lage oft Kürzungen in der Stundentafel und Verschiebungen zugunsten anderer Fächer. Ein durchgehender Musikunterricht im Gymnasium, wie er gerade auch für die Ausbildung späterer Volksschullehrkräfte notwendig gewesen wäre, blieb also oft nur auf dem Papier bestehen. Trotz allen diesen Einschränkungen kann man rückblickend festhalten, dass Kästenbergs Reformen die Musikpädagogik als Fach nachhaltig geprägt haben.